Ja, sonst haben wir nichts. Oh ja, ne mag. Zack. Zwei Stück. Boah, ich bin reich. Gut, dann gehen wir schon speichern. Sumpf, überspeichern. Warum kriegen wir jetzt Munition für Flammenwerfer? Brauche ich denn mit? Ich hoffe doch nicht den Granatwerfer. Ja, okay, ich könnte den noch hier reinlegen und hier die Munition. Dann hätte ich aber nur noch einen. Nein, 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 den nehme ich derweil noch nicht mit. So, und hier würde es dann weitergehen, oder wie? Ja, na gut, dann. Würde mich interessieren, was das hier ist. Aber zuerst eine Lesestunde. Evelin ist außerdem in der Lage, Organismen aus Mycelin den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Mycelinen bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Ach, das sind dann diese, 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 diese Zombies, also diese monsterartigen Kreaturen, gegen die wir da immer kämpfen. Die Forscher haben diese Superorganismen, die Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Okay, jetzt wissen wir, dass diese monsterähnlichen Kreaturen Molded heißen. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles Fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer Ä unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Mycelien. Aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen, sind dieser Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es Äu aussetzen, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosis Äußerste. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Aha. Alter, ist das alles krank. Was ist das hier? Okay. Da fehlt ein Schlüssel. E-Nekrotixin zerstört Zellmaterial an aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie Zellen in den Necrotoxin Behälter. Okay, mit dem gibt es Schwierigkeiten. Eine Probe, das hier. Alter Schwede. Aha, und jetzt haben wir wieder eine Spritze. Das kennen wir doch, oder? E-Nekrotoxin. Also mit dem Wort habe ich wirklich Schwierigkeiten. Ein besonderes Serum zur Beseitigung von E-Serie Individuen. Vielleicht kann es Evelyn vernichten, wenn man es ihr injiziert. Ah ja, stimmt ja. Evelyn kann man das ja injizieren. Leute, die schon lange davon betroffen sind, sterben ja, wenn wir das denen geben. Das kann gut möglich sein. Also Mia, ja. Mia hatten, wir hatten ja schon damals die Entscheidung zwischen Mia oder dieser, keine Ahnung, wie es jetzt wieder heißt. Und da möchte ich sowieso schauen, es gibt ja zwei Enden bei Resident Evil 7. Einmal, wenn man die Spritze der Mia gibt und einmal, wenn man die Spritze dieser anderen Person gibt. Und wir haben es ja damals Mia gegeben. Jetzt spielen wir quasi das Ende mit Mia. Ich möchte gerne wissen, wie unterschiedlich die zwei Enden sind und werde dann bis dorthin spielen, quasi wo wir die Spritzenentscheidung wieder haben und werde es dann der anderen geben. Also wie gesagt, wenn das Spiel zu Ende ist, bitte nicht wundern, wenn es dann weitergeht. Denn ich möchte gerne wissen, ja, das andere Ende auch. Und das möchte ich euch doch gerne zeigen. Und euch nicht vorenthalten. So, na gut, dann verbesserte Pistolenmunition, super. Okay, da können wir nichts tun. Uiuiui, jetzt haben wir wieder einen Laserstoff gehabt, he, Freunde. Aber jetzt sind wir ein bisschen schlauer mit den ganzen Giften, mit den ganzen Moldet und keine Ahnung was Sachen. Aber, 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 aber Geschichten, Geschichten, sag ich jetzt einmal, in Resident Evil 7 sind wirklich sehr gut. Also es ist immer eine gute Geschichte dahinter, sagen wir mal so. Sie haben sich schon dabei was überlegt. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass die jetzt da von Umbrella zum Beispiel weggegangen sind und wieder so Rätseln und das Ganze eingefügt haben. Weil zum Beispiel Resident Evil 6 oder Resident Evil 5, das war ja ein reines Ballerspiel nur noch. Bitte? Da summt wer? Okay. Ich hoffe, ihr hört es auch, dass da wer summt. Und zwar hier irgendwo, da hinten. Den Titelsound. Ich habe auch die Befürchtung, Go tell Aunt Rhodey, glaube ich so heißt es, Rhodey. Ich habe die Befürchtung, geh und zähle es Tante Rhodey. Ich glaube auch, dass die Tante Rhodey diese ältere Person im Rollstuhl ist. Im Rollstuhl ist es, glaube ich eher. Weil, die hatten wir bis jetzt noch nie zum Bekämpfen, noch nie zum Bekriegen. Und ja, die... Da hört man es auch. Da hört man es auch ganz leicht durch. Ähm, wie gesagt, und ich glaube, vielleicht ist es die Person im Rollstuhl. Ich kann mich täuschen, aber ich kann mich auch nicht täuschen, denn mit dieser Person hatten wir bis jetzt noch nie was zu tun. Und sie ist auch nie aggressiv uns gegenüber geworden oder irgendwas. Darum... Ja, warum ich die ganze Zeit hin und her renne und die ganzen Sachen immer ablege, ist deswegen, weil wir keinen Inventarplatz haben und mit dieser... Nervengiftgranate sowieso momentan nichts anstellen können. Darum ja, keine Ahnung. Ah, ich liebe diesen Titelsong von Resident Evil 7. Den haben sie so geil gemacht, muss ich sagen. Ah, ich finde das Spiel bis jetzt generell geil gemacht. Ah, ich finde das Spiel bis jetzt. Nee. Nee. Hehehehe. Da sagt der kleine freche Laus Stierbäude. Ui, ich glaube, jetzt kommt es zu einem Arena-Kampf. Scheiße! Jupp. Jetzt kommt es zu einem Arena-Kampf, was ich absolut überhaupt nicht mag. War da nicht gerade eine Leiter? Achso, nee. Das war gar keine Leiter. Wo müsste ich denn da hin? Ich müsste so rauchen und hier rüber. Okay. Wow, so viele. Okay, zwei Stück. Zwei Stück, meine Freunde. Gut. Jetzt machen wir das so. Ah, da hinten. Das ist ja unfair. Das ist ja unfair. Gott, da haben wir so viele Munition für die Schrotti. Ich liebe Schrotti. Schroti ist mein Liebling. Okay, hier haben wir nichts mehr. Ihhh. Ihhh, wie schaut's hier überhaupt aus? Puhi. Oh, da haben wir Kräutli. Ja, wenn nur das hinten in unserem Rücken nichts spawnt oder nichts ist, weil das hasse ich. Wenn mal hinter uns irgendwas ist. Okay. Ja, näher. Wuhu. Na, da lebt der noch. Gibt's ja nicht. Jetzt nicht mehr. So, ich trinke einmal kurz was. Das ist alles gut. Beruhigte Nerven. Ne, trinken wegen einem trockenen Hals. Na, kommen wir da gar keine. Ne. Sollte die Schrote aber nicht so. Ja, die Schrote brauche ich aber noch eigentlich. Jo. Iki, di, 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 di. Alter Schwede. Okay, ich benutze mal die hier. Ja, wie gesagt, die Schrote-Munde ist mir ehrlich gesagt zu, ja, zu, zu wertvoll eigentlich, weil Schrote ist halt Schrote, ne? Doch bestimmt ne Falle. Okay, so viel Maschinen, Pistolen, Munition. Hei, 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 hei. Hahaha. Aha. Was ist das? Nur kein Dauerfeuer, Dauerfeuer ist nicht so gut. Aber es geht, es geht momentan noch. Ach Gottchen, ich freue mich schon auf einen Endkampf mit Evelyn. Das wird nicht so lustig werden. Gibt es da noch einen Speicherpunkt da dann irgendwann? Also okay, das sehen wir jetzt noch nicht. Ja, ich hoffe schon, weil sonst renne ich jetzt dann wieder zurück wie ein kleines kreischendes Baby. Und gehe speichern, das wüsste schon, gell? Na, super. Äh, komme ich da überhaupt dann durch? Komme ich hier eigentlich dann nochmal? Na, okay, ich gehe nochmal kurz speichern, Freunde, ja. Also bitte nicht hauen oder sowas, okay. Wenn ich da jetzt alles nochmal rauf-runter renne. Ja, ich weiß, es dauert jetzt ein paar Minuten. Drei, zwei Minuten, habe ich da nichts übersehen. Aber ihr könnt es ja vorspulen, ja. Also falls euch das jetzt nichts interessiert, könnt ihr ja vorspulen. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal speichern, weil... Weil es da oben keinen Speicherpunkt gibt, dann sind wir gefickt. Entschuldigung. Gebumst. Ja. 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 Ja.